Und zum Schluss freut es mich noch sehr, Ihnen das neue Olivenöl aus Sizilien von unseren Schweizer Freunden zu präsentieren. Jahrgang 2022, es war eines für den besten Jahr, es ist intensiv, würzig, scharf, es ist absolut tolles Öl, früh gelesen, bewusst. Als jemand, der hochstehendes Olivenöl schätzt, dem kann ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Wenn es bewusst ein bisschen später anbaut, vermutlich kommen wir vom 23 nur sehr wenig rüber. Und es wird auch kaum an Qualität vom 22 an erreichen. 22 ein superbes Jahr, es hat problemlos vier bis fünf Jahre, wir dürfen nur ein Jahr Haltbarkeit hinten draufschreiben, aber ich hatte schon fünfjähriges Gebäude von denen, das sensationell ist und eben das 22 ist also wirklich toll, prächtig. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ja.